Okay, das folgende Referat hat den Titel Vom Fall der Sowjetunion bis zum Aufstieg Putins. Und ich glaube, wir als Marxisten, wir diskutieren oft die russische Revolution und die Periode kurz nach der Revolution. Aber wir diskutieren seltener das Ende von diesem Prozess, nämlich die Auflösung der Sowjetunion. War das unvermeidlich? Warum ist es passiert? Hat es eine Alternative gegeben? Das möchte ich heute versuchen zu klären. Es erklärt einerseits sehr viel über die Dynamik der russischen Gesellschaft und vom Regime heute. Genau, also man kann auch für heute viel davon lernen. Und das Referat wird einen Zeitraum behandeln von fast 100 Jahren. Das heißt, ich muss mich auf die grundlegenden Entwicklungen beschränken und kann dabei nicht so sehr ins Detail gehen. Der Aufbau ist folgendermaßen. Der erste Block ist eine Charakterisierung der Sowjetunion. Der zweite Teil widmet sich Gorbatschow, Yeltsin und dem Zusammenbruch. Und drittens geht es um den Aufstieg Putins und des Putin-Regimes. Okay, also zum ersten Teil der Charakter der Sowjetunion. Wir beginnen 1917, dem Jahr der russischen Revolution. Vor 105 Jahren ist die Welt durch das wichtigste Ereignis der bisherigen Menschheitsgeschichte erschüttert worden. In einem riesigen Gebiet, nämlich am Sechstler Erdoberfläche, ist ein System gestürzt worden, wo bisher der russische Despotismus irgendwie geherrscht hat, durch Knute und Pogrom regiert. Und die Arbeiter, die armen Bauern und die Soldaten haben dieses jahrhundertealte Zarenregime zu Fall gebracht. In einem Zeitraum von acht Monaten, von Februar bis Oktober, sind sie immer wieder massenhaft auf die Straße gegangen, um die Geschichte dem Willen der ausgebeuteten Massen unterzuordnen. Sie haben den Zar und die Großgrundbesitzer vertrieben, die Generäle, die Kapitalisten und die Bürokraten. Und sie haben sie organisiert in dem demokratischsten System, das die Geschichte bisher hervorgebracht hat, nämlich die Sowjets, also die Räte der Arbeiter, Bauern und Soldatenvertreter. Sie sind in den Fabriken und Vierteln direkt gewählt worden, mit jederzeitiger Abwählbarkeit, und die haben dann auch die Staatsmacht übernommen. Die Wirtschaft ist am bewussten Plan unterworfen worden, erstmals, anstatt vom individuellen Profit und den blinden Marktkräften geleitet zu werden. Und die Arbeiter haben die Macht nicht nur übernommen, sondern sie konnten sie für einige Jahre lang sogar halten. In der Periode von 1921 bis 1941 jedoch, hat die Arbeiterklasse die politische Macht wieder verloren. Sie hat die Kontrolle über den Staatsapparat dieses neuen Arbeiterstaates, die sie gehabt hat, an die Bürokratie verloren. Aber gleichzeitig sind alle Firmen Staatseigentum geblieben. Also die Planwirtschaft hat weiter existiert. Und wie ist es dazu gekommen, irgendwie zu dieser historisch gänzlich neuen Situation? Dazu kurz Grundlagen. Der Marxismus geht davon aus, dass die Entwicklung der Technik die Haupttriebfeder des Fortschritts ist und baut darauf auch das kommunistische Programm auf, auf der Dynamik der Produktivkräfte. Der Sozialismus muss damit auch, verglichen mit dem Kapitalismus, die Arbeitsproduktivität erhöhen, weil die materielle Fortsetzung für den Kommunismus auch so hohe Entwicklung der ökonomischen Macht des Menschen ist, dass die produktive Arbeit aufhört, Last und Mühsal zu sein und dass es, wie Marx schreibt, keiner Antreiberei mehr bedarf. Und dass halt alle Güter, alle Lebensgüter ständig im Überfluss vorhanden sind und deren Verteilung keiner Kontrolle mehr bedarf, außer der Erziehung, der Gewohnheit und der öffentlichen Meinung. Das heißt, der Sozialismus hat ein gewisses ökonomisches und kulturelles Niveau zur Voraussetzung. Und eben das war in Russland, zur Zeit der Revolution, nicht gegeben. Und das ist deutlich geworden, als man zum Beispiel nach der Revolution Beamte gesucht hat für diesen neuen Arbeiterstaat. Der Großteil der russischen Bevölkerung war 1917 analfabeten. Deswegen hat man die Bürokraten vom alten Staatsapparat irgendwie in den Dienst nehmen müssen, die alten Buchhalter, Offiziere und Beamten. Und die bilden die Grundlage für die Bürokratie, für die entstehende Bürokratie. Nicht die Revolutionäre, nicht die Bolschewiki, sondern die alten Menschewiki, die zaristischen Beamte, die eigentlich alle gegen die Revolution gewesen waren. Weil das hat es ja da extreme wirtschaftliche Not gegeben, was bedeutet, dass die Arbeiter sehr lange arbeiten mussten und es ihnen so nicht möglich war, sich an der Verwaltung der Gesellschaft zu beteiligen. Auch deshalb ist die Arbeitszeitverkürzung im Sozialismus so eine zentrale Angelegenheit, damit den Arbeitern ermöglicht wird, sie an der administrativen Verwaltung zu beteiligen und so bürokratische Tendenzen im Keim zu verhindern. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Bürokratie ihre Grundlage in der ökonomischen Rückständigkeit und im Mangel hat. Um das zu veranschaulichen, hat Trotzki das Beispiel einer Bäckerei entwickelt. Also wenn eine Bäckerei zu wenig Brot hat, dann bildet sich eine Schlange vor der Bäckerei. Und wenn der Mangel sehr groß ist und die Schlange sehr lang, dann braucht es einen Polizisten, um Ausschreitungen und Rangeleien zu verhindern. Und der Polizist ist in dem Beispiel die Bürokratie, also eine privilegierte Minderheit, die quasi abgesondert ist, um den Mangel zu verwalten. Das heißt, um die Güter, von denen immer zu wenig da sind, an die Leute zu verteilen. Und in dieser Zeit drängten hunderttausende Bürokraten und Karriereisten in die Partei, in die kommunistische Partei. Und die haben immer mehr den Ton angegeben und schlussendlich in Stalin ihren besten Vertreter gefunden. Das Einzige, was diesen Prozess aufhalten hätte können, wäre die internationale Revolution, was auch immer die Perspektive von Lenin und Trotzki war. Aber die, also dass quasi die russische Revolution nur bestehen kann, wenn ja die internationale Revolution nachfolgt, vor allem in Deutschland. Aber gerade in Deutschland, im Schlüsselland, wurde sie von der Sozialdemokratie verraten. Und mit jedem Sieg der Konterrevolution folgte eine Stärkung der Bürokratie, weil eben die Sowjetunion noch weiter isoliert wurde. In den 20er Jahren haben wir die Niederlage der Revolution in Deutschland, in Österreich, in Italien, Großbritannien und zuletzt China gesehen. Daraufhin folgte der Ausschluss Trotzkis und der linken Opposition aus der Partei. Weil nach Lenins Tod hat eben Trotzki den Kampf gegen Stalinismus und die Bürokratie, den Lenin schon begonnen hatte, fortgeführt. Und hielt dabei als einziger an revolutionären Marxismus fest. Dann haben wir die Niederlage der Spanischen Revolution. Den ersten bewussten Verrat der Stalinisten an der Revolution. Dem folgten die Moskauer Prozesse, wo hunderttausende Revolutionäre durch den Stalinismus ermordet wurden. Das ging einher mit der Zerstörung der Sowjetdemokratie und der Abkehr von der internationalen Revolution. Jetzt werde ich ein bisschen über die Planwirtschaft reden. Und zwar waren die Wachstumsraten in diesen Jahren in der Sowjetunion, also der Konsolidierung irgendwie vom Stalinismus, waren beeindruckend. Aber man muss sagen, nicht wegen, sondern trotz der stalinistischen Bürokratie, die durch Korruption und Misswirtschaft ständig die Entwicklung behinderte. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten wurde Russland auf der Basis der verstaatlichten Planwirtschaft komplett transformiert. Von einem rückständigen, halbfeudalen Land, basierend auf Landwirtschaft, zur zweitstärksten Wirtschaft der Welt mit einer starken Industrie. Während der ersten fünf Jahrespläne hat der Arbeiterstaat Wachstumsraten von um die 20% jährlich gesehen. Und noch während der 50er und 60er Jahre jährlich ca. 6%. Aber nur ein paar weitere Zahlen, was die Planwirtschaft alles erreicht hat. 1917 hat Russland weniger als 3% vom gesamten Industrie-Output produziert. 1967 sind es 20% weltweit. Die Bevölkerung ist in der Zeit um 15% gewachsen. Die Zahl jener, die sich in Ausbildung befinden, hat sich versechsfacht. Die Zahl von gedruckten Büchern verdreizehnfacht. Die Spitalsbetten verzehnfacht. Die Lebenserwartung hat sich fast verdoppelt und die Kindersterblichkeit ist um das neunfache zurückgegangen. Die UdSSR hat im Jahr 1967 mehr Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure ausgebildet als der gesamte Rest der Welt zusammen. In der UdSSR wurde viermal mehr pro Kopf für Bildung ausgegeben als in Großbritannien zu derselben Zeit. Und mit dem Festlegen von Preisen ist auch die Inflation für Jahrzehnte in der Sowjetunion de facto aufgehoben worden. Und Obdachlosigkeit hat es einfach nicht gegeben. Das wurde effektiv beseitigt, weil Wohnen einen Bruchteil vom Lohn ausgemacht hat. Also keine Obdachlosigkeit, keine Arbeitslosigkeit und keine Inflation bei gleichzeitig enormen Wachstumsraten. Das sind Sachen, die kein kapitalistisches Land dieser Welt jemals geschafft hat. Aber zu Beginn der 70er Jahre kam ein Umschwung zum Schlechten. Von den 6% jährlichen Wachstumsraten wurde das Wachstum sehr beschränkt auf 4, 3, später sogar 2%, bis die Wirtschaft dann ganz stagnierte. Und man kann sich das so vorstellen. Die Planwirtschaft braucht die Demokratie ungefähr so, wie eine Maschine Öl braucht, Schmieröl, ohne dass sie irgendwann einfach zusammenbricht. Und dieser vorgefasste Wirtschaftsplan in der Planwirtschaft ist in so einem Land wie Russland mit 170 Millionen Einwohnern und einem tiefen Gegensatz zwischen Stadt und Land ist kein unverrückbares Gesetz oder Gebot, sondern das ist mehr wie ein Entwurf oder eine Arbeitshypothese, die im Laufe der Durchführung der Umarbeitung und Prüfung unterliegt. Und dieser Hebel zur Regulierung und Anpassung der Pläne ist die reale Beteiligung der interessierten Massen selbst an der Leitung. Und das ist ohne Sowjetdemokratie einfach undenkbar. Also das ist damit gemeint, dass die Demokratie in der Planwirtschaft notwendig ist. Und die Bürokratie war nicht in der Lage, die Arbeiterklasse, die engagiert und leidgeprüft irgendwie war, mit angemessenen Konsumgütern, Lebensmitteln oder Wohnmöglichkeiten zu versorgen. Und war selbst in der Industrie nicht mehr in der Lage, an früherer Leistungen anzuknüpfen. In der frühen Phase war die Wirtschaft in der Sowjetunion einfach. Also es ist quasi Stahl, Zement, Getreide, Output gesteigert worden. Und sowas kann man auch durch bürokratische Kommandos aufbauen. Aber umso komplexer und kleinteiliger Lieferungs- und Produktionsketten werden, desto weniger funktioniert es. Die Bürokratie hat es nicht geschafft, in der zunehmend komplexen Planwirtschaft Ressourcen ausdifferenziert zu verteilen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit den Bottlenecks heute. Qualität wird in so einer komplexen Wirtschaft ebenso notwendig wie die Menge, also die Quantität. In einer Situation, wo die Wirtschaftsleistung nur mehr von Amerika übertroffen worden ist, so ist der Würgegriff der Bürokratie ein absolutes Hemmnis für den weiteren Fortschritt geworden. Weil ihr einziges Interesse eben war, ihre Privilegien aufrechtzuerhalten. Woran sieht man das? Also gefälschte Statistiken zum Beispiel. Es war extrem üblich, als Gegenleistung für üppige Prämien völlig überzogene Produktionsberichte zu verschicken. Und das hat natürlich Chaos in die Planungsbüros ausgelöst. Mit dem Missmanagement kommt extreme Ressourcenverschwendung und Verschwendung von Produktionskapazitäten. Und als Folge von den bürokratischen Messmethoden hat es diese Tendenz gegeben, den gesamten Produktionsprozess in einer Fabrik zu versammeln. Was natürlich, wir wissen es, wenn wir uns die Auflösung der Globalisierung heute anschauen, auch Ressourcen bindet. Es sind oft minderwertige und völlig unverkäufliche Waren in großen Mengen produziert worden, nur um eine Quote schnell zu erfüllen. Die Bürokraten hingegen haben eigene Shops besuchen können, mit besseren Produkten und westlichen Importen und auch Luxusartikeln. Und für all diese Probleme wäre die Lösung die Arbeiterkontrolle. Aber immer wenn irgendwie Arbeiter Vorschläge zur Einführung einer neuen Technik oder zur Umsetzung neuer Konzepte oder zur Rationalisierung der Arbeit gemacht haben, sind diese einfach in der Schublade von irgendeinem Bürokraten verschwunden, der eigentlich nur Papierkram vermeiden wollte. Also der einzige Teil, der wirklich ein unmittelbares Interesse im Fortschritt der Wirtschaft hatte und da die Möglichkeit sich einzubringen, die Arbeiter wurden auf Distanz zum Management gehalten, aus der berechtigten Angst heraus, dass sie die überzogenen Gehälter und Boni der Bürokraten in Frage stellen konnten. Es ist aber trotzdem passiert und zwar in den 80er Jahren. Die herrschende Elite und ihre Kinder, die schon als Bürokraten quasi geboren wurden, kamen immer mehr unter den Einfluss des Kapitalismus, je mehr sie sich vom normalen Leben in der Sowjetunion distanzierten. Sie lebten getrennt von den Arbeitern, hatten zum Beispiel auch Dienstboten zur persönlichen Bedienung und näherten sich im Lebensstil und dem Denken immer mehr der Bushwasie an. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man ein sehr widersprüchliches Bild der Sowjetgesellschaft. Es war quasi ein Übergangsregime, das geprägt ist einerseits durch diesen enormen Anstoß durch die Planwirtschaft und den totalitären Schatten, den das Überleben vom Kapitalismus im Westen auf ihn wirft. Und dieser Widerspruch zwischen einerseits den verstaatlichten Eigentumsformen, also der Planwirtschaft, und den Verteilungsnormen, also der extremen Ungleichheit in der Verteilung, kann nicht ewig weiter wachsen. Entweder werden die bürgerlichen Normen der Verteilung auch auf die Produktionsmittel übergreifen, das heißt Wiedererstehen des Kapitalismus, oder es müssen die Verteilungsnormen mit dem sozialistischen Eigentum in Einklang gebracht werden. Damit sind wir vor den historischen Alternativen, die sich für die Sowjetunion ergeben. Die Wiederherstellung des Kapitalismus oder die politische Revolution, das heißt die Niederringung der Bürokratie durch das Proletariat und dessen revolutionäre Partei. Trotzke hat es in den 30er Jahren vorausgesagt, dass die Bürokratie selbst ein Interesse an der Wiederherstellung des Kapitalismus entwickelt. Woran liegt es? Die Bürokraten sind eben Verwalter und nicht Besitzer der Produktionsmittel und konnten den Anspruch darauf somit nicht vererben. Um ihre eigene Position und die ihrer Nachkommen zu sichern, mussten sie sich quasi in eine besitzende Klasse verwandeln. Und die Vorhersage trat mit der Verspätung einiger Jahrzehnte ein. Jetzt sind wir beim zweiten Teil vom Referat angekommen, nämlich Gorbatschow Yelzin und der Zusammenbruch. Das deckt den Zeitraum von 1985 bis 98 ab. Gorbatschow wurde 1985 der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und er repräsentiert den Versuch der Bürokratie, die Probleme, die existierten, durch eine Reform von oben zu lösen. Er Er hat über Arbeiterkontrolle und Demokratie gesprochen. Aber man kann nicht einfach Arbeiterkontrolle und Demokratie einführen, ohne in einer politischen Revolution die Bürokratie zu stürzen. Das ist das fundamentale Problem. Aber eine politische Revolution war natürlich nichts, was Gorbatschow oder jemand anderer, der aus der Spitze der Bürokratie kam, bereit war zu machen. In der Wahl zwischen Arbeiterkontrolle und Sozialismus oder der Wiederherstellung des Kapitalismus bevorzugten sie Zweiteres. Aber diese Alternativen waren der Bürokratie selbst zu Beginn nicht klar. Sie haben manövriert verschiedene Dinge ausprobiert, um die Probleme zu lösen, hatten aber keinen bewussten Plan. Die fundamentale Schwäche in Gorbatschows Position war, dass er versuchte eine größere Initiative und Produktivität der Arbeiter zu erreichen, während er gleichzeitig die Privilegien und Vorteile der Bürokratie verteidigte. Das ist die Quadratur des Kreises. Es führt quasi zu so Sachen wie die Bürokratie zu attackieren, was Gorbatschow oft gemacht hat, aber gleichzeitig sie zu verteidigen und ihre Existenz zu rechtfertigen. Zum Beispiel entließ er circa 200.000 der korruptesten Beamten, was natürlich nur an der Oberfläche einer 19 Millionen personenstarken Bürokratie kratzte, aber er hat gleichzeitig betont, dass es verdiente Privilegien geben müsse. nichts nichtsdestotrotz haben damals extrem viele linke Illusionen in Gorbatschow gehabt, nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch sogenannte Trotzkisten, weil er eben von Demokratie etc. gesprochen hat. Das Reformprogramm Perestroika oder Katastroika, wie es die Sowjetarbeiter umbenannten, hat für die Arbeiter schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen gebracht, also längere Arbeitszeiten, westliche Management-Methoden, um mehr Produktivität aus den Arbeitern rauszuquetschen. Aber bürokratisches Missmanagement und Korruption sind nach einer kurzfristigen Besserung immer sogar noch schlimmer zurückgekehrt. Zu einem gewissen Punkt war der Schwarzmarkt die Hauptquelle für Rohstoffe und alle Produkte, also auch für die Shops und für Industrie, anstatt der offiziellen Kanäle. Das ging so weit, dass in den 90ern die Situation unhaltbar wurde. 70 Millionen Menschen lebten von der Sozialleistung. Es kam zu einem Bergarbeiterstreik, bei dem sich 300.000 beteiligten. Bei einer Umfrage in der Zeit haben nur 15 bis 20 Prozent der russischen Bevölkerung angegeben, dass sie an den Sozialismus glauben. Die Bevölkerung war also komplett demoralisiert, also das ist ein wirkliches Armutszeugnis. Aber gleichzeitig wollten nur 25 Prozent eine Marktwirtschaft. Das heißt, auch die Wiederherstellung des Kapitalismus war nicht beliebt. 40 Prozent waren für mehr zentralisiertes Wirtschaftsmanagement in dieser Umfrage. Man kann also sagen, die Bevölkerung war ziemlich verwirrt. Aber zur gleichen Zeit wurde der Bürokratie oder zumindest einem Teil der Bürokratie klar, was sie wollte. Sie schauten in den Westen in Richtung Kapitalismus als Lösung ihrer Probleme. Es begann ein Programm aus Sparmaßnahmen und Deregulierung unter Gorbatschow. Dieser Prozess gewinnt, angestoßen durch Glasnost und Perestroika, eine Eigendynamik. An dem Punkt entsteht der Spalt in der Bürokratie. Und Yeltsin tritt irgendwie als Anführer des pro-kapitalistischen Flügels hervor. Was war das für ein Typ? Heute würde man ihn an Populisten nennen. Er hat eine Schwäche für große Gesten gehabt. Also nicht in der Limousine fahren, sondern am Markt mit den einfachen Leuten reden. Natürlich nur, wenn das Fernsehen dabei war. Er hat auf dem agobische Art die Privilegien der Bürokratie attackiert und zum Beispiel, als er in Moskau an der Macht war, den Schwarzmarkt verunmöglicht. Aber gleichzeitig hat er keine andere Möglichkeit zur Bereitstellung von Rohstoffen und Produkten für Industrie und Handel eingeführt, was die Situation nur schlimmer gemacht hat. Er kam in einer Zeit an die Macht, als das Planungsbüro vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch gewarnt hat. Jelzin war ungeduldig und wollte schnellere Reformen. 1941 gewann er die Wahlen zum Vorsitzenden des russischen Obersten Sowjets als einer der vielen Teilrepubliken der Sowjetunion und diese Position hat er genutzt, um seine Macht zu vergrößern. Entlang der Frage um die nationale Selbstbestimmung hat sie die Situation zugespitzt und geriet außer der Kontrolle von Gorbatschow. Hier entstand ein offener Kampf zwischen den beiden Fraktionen der Bürokratie, also den alten Bürokraten oder sogenannten Hardlinern und den Pro-Kapitalisten. Gorbatschow wollte einen neuen Vertrag für die Sowjetunion ausarbeiten, der die Union fast komplett aufgelöst hätte, beziehungsweise sie auf ein Minimum von zentraler Führung reduzierte. Und das war die rote Linie für die stalinistischen Hardliner. Sie wollten die Auflösung der Sowjetunion verhindern und ihre militärische Herrschaft wieder etablieren. Deshalb haben sie einen ziemlich schlecht organisierten Coup gegen diesen neuen Vertrag organisiert. Der war nicht sehr erfolgreich, aber stattdessen hat ihm Yeltsin das Heft des Handelns in die Hand genommen. Er verbregatierte sich im Weißen Haus, also in Moskau im Weißen Haus, wo das Parlament damals zusammenkam und appellierte an die Massen gegen den Coup. Seinen Streikaufruf an die Arbeiter unterstützte zwar Margaret Thatcher, aber die Arbeiterklasse konnte er damit nicht mobilisieren. Allerdings hatte er sehr wohl ein Echo bei Kleinbürgern, bei Leuten, die irgendwie in Richtung Kapitalismus schauten, wovon ca. Zehntausende auftauchten. Die Putschisten, also die Hardliner, versuchten das aufzulösen, aber nach drei Tagen haben sie aufgegeben und wurden selbst innerhalb von 24 Stunden verhaftet. Dieser Mangel an Willen und Entschlossenheit, den man da sieht, reflektiert, dass diese Coup-Führer keinerlei Vertrauen in ihre Alternative hatten. Wofür sie kämpften, war die Aufrechterhaltung des gescheiterten Status Quo, nicht für den Sozialismus oder die Arbeiterdemokratie. Dafür ist es schwer, Enthusiasmus zu generieren und sie konnten damit weder die Arbeiterklasse noch sich selbst überzeugen. Die Arbeiterklasse war in diesem Kampf großteils apathisch. Der Grund war, dass es sich um den Kampf zweier Flügel der Bürokratie handelte, die immer selbstbewusstere pro-kapitalistische Fraktion mit der Unterstützung des Westens und die andere Seite, die demoralisiert war, keinen Plan hatte und den Status Quo verteidigte. Gorbatschow balancierte einige Zeit lang zwischen den Fraktionen, manchmal hat er sie auf die Hardliner gestützt, umgeben die Pro-Kapitalisten vorzugehen und umgekehrt. Aber die Niederlage vom Putschversuch hat das Ende für dieses fragile Kräftegleichgewicht bedeutet und damit auch das Ende von Gorbatschow. Die Hardliner, auf die er sich gegen Jelzin gestützt hatte, waren quasi weg vom Fenster. Und Ende desselben Jahres wurde die Sowjetunion komplett aufgelöst und damit auch Gorbatschows Position als Präsident der Sowjetunion. Er wurde durch die Kräfte, die er selbst heraufbeschworen hatte, hinweg gefegt. Jelzin dagegen agierte selbstbewusst. Er suspendierte die Kommunistische Partei der Sowjetunion einen Tag nach dem Kuh, er hat alle Besitztümer der Partei an sich genommen und illegalisierte sie. Jelzin begann mit den sogenannten Reformen, also der Deregulierung und der Liberalisierung der Wirtschaft. Sein Ziel war es, die prokapitalistischen Reformen unumkehrbar zu machen und dazu musste er das Parlament ausschalten. Die haben nämlich seine Maßnahmen blockiert und den Transfer quasi diktatorischer Möglichkeiten an Jelzin. Es kommt dann zu einem Kampf und einem Showdown zwischen Parlament und Jelzin, aus dem Jelzin dank der finanziellen Unterstützung des Westens erfolgreich hervorgeht. Er hat ein Referendum gestartet, eine typisch bonopatistische Maßnahme, um die Herrschaft einer einzelnen Person an der Spitze zu ermöglichen. Er gewann das knapp mit der finanziellen Unterstützung des Westens von 42 Milliarden Dollar bei der Abhaltung des Referendums. Es gibt da Vorwürfe des Wahlbetrugs. Dann gab es noch eine Besetzung des Parlaments, die uns jetzt nicht weiter interessieren soll, aber auch dort stand der westliche Imperialismus voll hinter Jelzin. Der Westen nannte ihn einen Demokraten, obwohl er eigentlich das Parlament auflöste und Parteien verbot, was dem Westen aber komplett egal war, weil er unter Demokratie nur die Einführung des Kapitalismus verstand, das war ihr Interesse. Die Niederlage des Parlaments schuf ein Exempel für die kapitalistische Restauration. Jelzin verbot danach Zeitungen, Oppositionsparteien und sogar die demokratischen Organe der Provinzen und Gemeinden. Es wurde ein Programm der großflächigen Privatisierung mittels Coupos umgesetzt. 1992 stand die Inflation bei 2400%. Gehälter wurden nicht bezahlt, die Industrie stand still. Also die Wiedereinführung des Kapitalismus war kurz gesagt ein Desaster, vergleichbar mit der Zerstörung eines Krieges. Dazu einige Zahlen. 1989 war die Gesamtwirtschaft 1,46 Billionen Dollar wert, 1998 nur mehr 800 Milliarden Dollar, also in neun Jahren ist der Wert der Wirtschaft in Russland um 44 Prozent gefallen. Dabei haben sie Jelzin und seine Clique die Taschen voll gestopft. Das sind heute Fälle für die britischen Gerichte, man kann in den Zeitungen immer wieder mal drüber lesen, aber es war komplett unklar, wem was gehörte bei der Privatisierung der ehemaligen verstaatlichten Wirtschaft. Es reichte, wenn jemand seinen Besitzanspruch irgendwie auf überzeugende Weise behauptete. Der Guardian schreibt darüber, Zitat, Jelzin vergab de facto Staatsbesitz an eine gut vernetzte Gruppe an Geschäftsleuten im Austausch gegen Hilfe bei den Wahlen 1996. Zitat Ende. Also das war der Charakter dieser neuen herrschenden Klasse. Und die Arbeiter waren diejenigen, die den Preis dafür zahlten. Die Sozialleistungen und das Gesundheitssystem wurden zerstört. Die Löhne fielen damals um die Hälfte, zusätzlich dazu, dass sie oft gar nicht ausbezahlt wurden oder die Inflation sie wertlos machte. Sogar die Lebenserwartung fiel um etwas mehr als zwei Jahre. Und Frauen traf die Entwicklung am härtesten. All das führte zu einer neuen Welle von Kämpfen. Nach irgendwie sechs oder sieben Jahren Chaos hatten die Arbeiter um 1998 rum genug. Sie haben sogenannte Erlösungskomitees oder Räte gegründet, also de facto Sowjets in ganz Russland und es kam zu Fabriksbesetzungen. Vor allem die Bergarbeiter bildeten die Avantgarde, aber es wurden alle möglichen Sektoren mit in den Kampf gezogen. Damals gibt es interessante Umfragen von der Zeit 1998. Bevorzugten 48% den Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus und nur 38% den Kapitalismus gegenüber dem Sozialismus. Das heißt, das Bewusstsein darüber, was die Rückkehr zum Kapitalismus wirklich bedeutete, begann aufzuholen. Hingegen die Unterstützung von Yeltsin stand 1998 bei 3%. Und an diesem Punkt wäre es möglich gewesen, den Prozess rückgängig zu machen. Die Arbeiter waren auf den Straßen, sie organisierten sich in Sowjets, sie kämpften. Das Regime war in der Krise, es gab keine Stabilität. Durch die Generalisierung des Kampfes und die Vernetzung dieser Komitees und Sowjets hätte ein neuer Arbeiterstaat entstehen können, der nicht nur die Planwirtschaft wiederherstellen hätte können, sondern auch die neue Oligarchie und die alte Bürokratie stürzen, das heißt, den Weg Richtung tatsächlichen Sozialismus einzuschlagen. Aber es gab keine Partei, die dem einen Ausdruck verliehen hätte. Es war zwar eine neue Partei gegründet worden, die Kommunistische Partei der Russischen Föderation KPRF aber die bestand hauptsächlich aus alten Bürokraten der Sowjetunion und ein paar anderen. Aber in diesem Kampf stand sie offen auf der Seite der kapitalistischen Restauration und bot keine Alternative. Nichtsdestotrotz war sie eine sehr beliebte Partei, alleine schon wegen dem Namen, und hätte damals wohl auch die Wahlen gewonnen. Aber auch hier gibt es Vorwürfe von Wahlbetrug. Zumindest dem Namen nach stand sie für Kommunismus und Veränderung. Aber die Führung der KPRF unter Shuganov versuchte dem Westen quasi zu beweisen, dass sie ein sicheres Paar Hände darstellten. Sie versprachen zum Beispiel keine Verstaatlichungen durchzuführen. Diese Lage hat ziemliche Verwirrung gestiftet in der Bewegung der Arbeiter, die quasi eigentlich die Bewegung für die Wiederherstellung der Planwirtschaft sein sollte und die Rückgängigmachung der Marktreformen für den Sozialismus und die Arbeiterkontrolle. Also die Arbeiter hatten keine Alternative. Wegen der Niederlage dieser Bewegung kam eine neue Figur auf und diese neue Figur ist Wladimir Putin. Jetzt zum letzten Kapitel Putin. Er hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht. 1991 war er noch ein KGB Agent in Leipzig und 1999 bereits Premierminister, also quasi ein kometenhafter Aufstieg. Er war der Kandidat der Oligarchie beziehungsweise von jenem Flügel der Oligarchie, die nicht bereit war, bei der Ausplünderung vom Staatsbesitz mit den ausländischen Investoren, mit den westlichen Investoren zu teilen oder sich dem US-Imperialismus zu unterwerfen, wie unter Yeltsin. Das ist auch von der russischen Arbeiterklasse niedrigend empfunden worden. Vor den Wahlen kannte niemand Putin, das heißt, er musste seine Beliebtheitswerte steigern. Ihm gelang das im Zuge der dubiosen Apartment Bombenangriffen, die damals das Land in Aufruhr versetzten. Quasi die Oligarchenpresse hat ihn bejubelt, seine Popularität stieg unaufhaltsam. 1999 trat Yeltsin zurück und im März gewinnt Putin die Wahlen in der ersten Runde. Er hat es zwar nicht in die Duma geschafft, aber die kommunistische Partei hat ihm skandalöserweise die Mehrheit verschafft damals. Und Putin stand für die Konsolidierung des kapitalistischen Regimes in Russland. Er sah irgendwie, wie fragil die Besitzverhältnisse waren nach der kapitalistischen Restauration und er kannte, dass er eine sehr viel wichtigere Rolle spielen konnte, als nur die Marionette der Oligarchie zu sein. Der neue Kapitalismus in Russland war anders, als sich die Oligarchie und übrigens auch der Westen, aber dazu später, sich das vorgestellt hatte. Als Konsequenz daraus war Putin in der Lage, diejenigen, die sich seinen Spielregeln nicht unterwarfen, politisch auszuschalten und sogar ihr Eigentum zu konfiszieren. Seitdem haben viele Oligarchen dieses Schicksal geteilt. Putin hat quasi ein bisschen aufgeräumt nach den Yeltsin-Jahren und ließ einige Oligarchen verhaften, lockerte ihren Griff auf die Medien und dadurch gelang es ihm, sich quasi auf Distanz zu diesen verhassten Oligarchen zu präsentieren, obwohl er natürlich im Ganzen ihr Interesse vertrat. Plus Putin spielte schon immer sehr gekannt auf dieser Klaviatur der Sowjet-Nostalgie. Zum Beispiel führte er die alte Sowjet-Hymne mit neuem Text wieder ein. Auf der anderen Seite war das Regime unter Putin natürlich gänzlich verschieden von der Sowjet-Union und die russische Revolution wurde unter Putin nicht mehr erwähnt. Vorher habe ich erwähnt, dass der Westen irgendwie falsche Vorstellungen über den neuen Kapitalismus in Russland hatte. Wie genau schaute das aus? Also der Westen hat fälschlicherweise angenommen, dass Russland als Kolonie des Westens in die globale Marktwirtschaft zurückkehren würde. Aber unter Putin erschien Russland auf der Weltbühne und wollte seine Einflusszonen wiedererobern, das heißt entlang der Grenzen vom alten Zahnreich. Anstatt von einem schwachen halbkolonialen Regime entstand ein aggressiver Imperialismus mit ansehnlicher Industrie und einem starken Militär, was beides irgendwie von der Sowjetunion ererbt wurde. Seinen ersten Ausdruck fand es im Tschetschenienkrieg und später im Einmarsch in Georgien 2008 und dann im Sieg über die von der USA ausgestatteten und ausgebildeten Georgischen Armee und schließlich dann 2014 im Einmarsch in die Ukraine. Und nach der Krise in den 1990er Jahren kam es in den 2000ern wieder zu einem Wirtschaftsausschwung. Die Grundlage dafür war das Steigen der Ölpreise von 12 auf 60 Dollar pro Barrel bis zu 100 Dollar pro Barrel. Und für ein ölexportorientiertes Land wie Russland macht das natürlich einen ziemlichen Unterschied. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden im Vergleich zu den Jelzinjahren besser, was Putins relativ lang stabile Präsidentschaft erklärt. Die ökonomische Situation hat sich erst nach der Weltwirtschaftskrise 2008 immer mehr verdüstet. 2011, 2012 kam es erstmals zu Massenprotesten. Aber Putin hat seine Berechtigung auch immer wieder aus äußeren Bedrohungen gezogen. Nach der Beteiligung im Bürgerkrieg mit der Ukraine 2014 hat der Westen Sanktionen verhängt, was Putins Unterstützung im Land wieder auf ungeahnte Höhen getrieben hat, auf bis zu 85%. Also quasi er veranstaltet Abenteuer im Ausland, um die Aufmerksamkeit von den Problemen im Land abzulenken und den Nationalismus zu schüren. Aber das ist natürlich ziemlich teuer und als Konsequenz hat Russland extrem hohe Militärausgaben. Was ist also die Natur des Putin-Regimes? Russland ist ein kapitalistisches Land. Es ist beherrscht von einer parasitären Oligarchie. Es ist klar, dass der Staat ihren Privatbesitz an Produktionsmitteln verteidigt. Das ist seine fundamentale Aufgabe. Die Oligarchie besitzt große Monopole und Banken, die sie aus der Planwirtschaft geplündert hat. Diese Monopole verfügen über eine enge Verbindung zum Staat. Der Westen kann es sich im Gegensatz zu Russland leisten, diese Diktatur des Kapitals unter am Schleier der bürgerlichen Demokratie zu verbergen. Der russische Staatsapparat wird heute, wie auch schon unter Jelzin, von einem starken Mann beherrscht. Das ist einerseits notwendig aus der Angst vor den Massen, andererseits braucht die Oligarchie jemanden, der in ihren Verteilungskämpfen ein Machtwort spricht. Putin setzt auf Referenda und Volksbefragungen zur Legitimisierung und demokratischer Manöver. Er übergeht das Parlament und am wichtigsten er stützt sie auf die Herrschaft des Schwertes, also auf die Herrschaft durch Gewalt. Davon gibt es Dutzende Beispiele in Russland. Diese Art von Regime nennen Marxisten Bonapartismus, also wie ich das jetzt beschrieben habe in den letzten Minuten. Und charakteristisch dafür ist, dass der Staat ein gewisses Maß an Unabhängigkeit von der herrschenden Klasse erlangt und scheinbar zwischen den Klassen balanciert und beiden Schlägen zufügt, also den Arbeitern und der Oligarchie. Er behauptet, über den Klassen zu stehen und über den Interessensgruppen und die Nation zu vertreten. Putin hat zum Beispiel schon so Aktionen gemacht, wie einfach zu einer Fabrik zu gehen und das Nichtbezahlen von Löhnen und die Chefs irgendwie anzuklagen. De facto attackiert er aber nur einzelne Oligarchen, um die Oligarchie als Ganzes zu verteidigen. Ganz kurz nur ein paar Sätze zur aktuellen Situation. 2020 betrugen die Umfragewerte von Putin nur mehr knapp über 50%. Der Ölboom hatte irgendwie mit 2008 ein Ende gefunden und zwischen 2011 und 2020 fielen die Realeinkommen in Russland um 11%. Dazu kamen noch das Coronavirus und jetzt die Inflation. Und schon in den letzten Jahren stützt sich das Regime immer mehr auf Wahlbetrug und auf offene Gewalt und Repression. Das ist aber ein Zeichen der Schwäche und nicht der Stärke. Das bedeutet, dass man nicht mehr in der Lage ist, die Leute ideologisch zu überzeugen. Aber jeden Widerspruch zu unterdrücken bedeutet auch, dass er zurückkommt und zwar auf explosive Weise. Russland ist heute vor Indien das ungleichste entwickelte Land der Welt. Es verwundert uns also nicht, dass Putin nicht über die russische Revolution sprechen möchte, weil genau so eine Revolution in Russland heute vorbereitet wird. Dankeschön.